Musik 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 Das könnte mich glatt wütend machen, aber ich darf mich ja nicht beschweren, denn immerhin entdecke ich gerade noch ein leichtes zweites Manual, das Oberwerk, welches sogar 50 Zentimeter höher gelagert ist und somit wirklich wie aus dem Himmel klingt, also als Engelspfeifen sozusagen. Leider ist dies für das Basketball-Riesenbaby, Maurer, Sekretärkind nicht zu erreichen. Also auch völlig überflüssig. zumal es nicht einmal eine solistische Trompetenstimme hat, also ein Zungenregister. Klar, das würde sich noch viel stärker verstimmen in der eh schon sehr wackeligen Kirche, welche mit unterarmdicken Drahtseilen am Auseinanderfallen gehindert wird. Doch hören wir erstmal rein. Viola die Gambe. Hohlflöte. Und das Prinzipal. Mit Oktave. Und die Mixtur mit Prinzipal. Dorfkirchen sind meist evangelisch. Es sind Volkskirchen. Luther war ein Mann des Volkes und hat alle Lieder und Texte möglichst schlicht, aber auch wiederum anspruchsvoll gehalten, um das gesamte Dorf zu bespaßen. Daher spricht man auf dem Land auch von einem Kirchspiel, wie eine Art Schauspiel also. Evangelische Dorfkirchen haben ein bis zwei Emporen für die vielen Besucher. Und ganz oben gibt es sogar Fenster und so viel Licht, dass man zumindest den Weg auf die Orgelbank findet. Warum man die Pfeifen aber komplett zugebaut hat, ist mir immer wieder ein Rätsel. Vermutlich, damit sich die Spinnen, Käfer, Fliegen und Schaben ein wenig häuslicher einrichten können und nicht so häufig von Besen gestört werden. Also abgesehen von massiven Haltungsproblemen und Muskelkater in den Fingern, möchte ich stets darauf achten, meine Ohren zu schonen. Egal wie schön es klingt. Amen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020